Das ist ja was Lustiges. Ein Diorama. Wo haben Sie es her? Auf dem Flohmarkt. Bei einem Motorrad-Ausflug. Ein kleiner Flohmarkt vorbeigekommen und gesehen und gefallen. Wann jetzt? 20 Jahre. Und was haben Sie zahlt? Irgendwo zwischen 15 und 20 D-Mark. Aber es waren damals drei Teile. Und haben die gewusst, wer es verkauft hat? Wurde das als Diorama verkauft? Sie haben nur reingeriffen und haben es kauft. Mir war es auch beim Kauf nicht klar. Das ist eigentlich erst durch die Recherchen, viele Jahre später, ist mir klar geworden, ist es ein Diorama, was es darstellen soll. Ja, also wir haben es hier zu tun. Ja, mit einem optischen Bildmedium, könnte man auch sagen. Was ja eigentlich schon, Sie haben es jetzt gerade so in der Hand gehabt, diese Hülle, auch ein Überraschungsmoment ist. Wenn man sich vorstellt, da zieht man das raus und sagt, weißt du was, jetzt zeige ich dir was, jetzt pass einmal auf. Und dann entfaltet man dieses Leporello und dann stellt sich etwas dar, was sich ja auf dem Titelblatt, wenn man es so nennen will, schon abgebildet ist. Nämlich so ein, da ist der ganze Zug im Profil dargestellt mit diesen Maschinisten vorne. Dann Tender mit den Kohlen wahrscheinlich. Dann ein offener Wagen, wo man sieht, was da alles kommt, wo die ganz Wagemutigen sitzen. Dann gedeckte Wagen für die etwas besseren Leute und für die ganz feinen Leute dann wohl hinten diese zwei Abteilungswagen, sodass eine Erwartungshaltung geradezu erzeugt wird. Das ist entstanden um 1845 in etwa. Das große Erlebnis Eisenbahn. Für uns ist die Eisenbahn so selbstverständlich. Aber für die Menschen damals plötzlich etwas, was von selber fährt, Wirbel macht, Rauch ist und so geschwind ist, dass man glaubt, man stirbt, wenn man drauf fährt. Und das musste den Menschen erklärt werden. Heute haben wir es leicht. Heute schicken wir einen Kameramann oder einen Fotografen. Damals gab es diese Möglichkeiten nicht. Und es gab die Möglichkeit der Zeichnung, der Lithographie, der Stiche, was immer. Und es gab diese Dioramen, die da mit dem Trick, die ja ein alter Trick ist, das sind ja wie Kulissen in Theatern des 18. und 19. Jahrhunderts, etwas illusioniert. Wenn man da hineinschaut, dann sieht man dann plötzlich diese ganze Eisenbahn mit Landschaft, mit Menschen, den Perron und konnte durch dieses Ding den Menschen, die die Eisenbahn selber noch nicht gesehen haben, zumindest eine erste, auch räumliche Illusion geben. Es ist nicht nur ein flaches Bild, sondern es ist etwas, was hintereinander gestaffelt ist. Eine Entgrenzung des eigenen Erfahrungshorizonts eigentlich. Es ist aber dann die Jahre später entstanden, um das praktisch darzustellen. Also jetzt sage ich einmal, wenn die Eisenbahn 1840 fertig gebaut worden ist oder wann immer, dann haben sie das gemacht unmittelbar drauf. Das war wie ein Propagandamittel. Das war das Informationsmittel. Damit sind die Leute dann, das haben sie in tausenden Stück vielleicht gemacht oder in hunderten Stück und die wurden verkauft. Ist das im Nachhinein koloriert worden? Es ist nicht im Nachhinein koloriert worden, sondern eigentlich für dieses Element koloriert worden, um eben diese Illusion überhaupt auch erst zu stiften. Also, wie wir wissen, ich glaube, die Eisenbahn jetzt Mitte 30, Mitte 35, glaube ich, ist die, dass sie fertig waren. Und das war dann sofort auch ein Gebiet, Geschäfte zu machen. Buchhändler haben das drucken lassen. Wir haben es hier mit Lithographien zu tun, die koloriert worden sind. Dann haben irgendwelche fleißigen Frauen das ausgeschnitten und geklebt und eine durchaus Massenproduktion. Also, wenn man jetzt zum Preis kommt, diese Dinge ändern sich ja rapid. Also, diese 20, 30 Mark, die sie da gezahlt haben, ist ja keine Basis mehr. Ich kann mir vorstellen, dass heute sowas durchaus in die, was weiß ich, 1.500, 1.800 Euro heute geht. Dinge sind selten, Industriegeschichte, die man dann auch noch illustrieren kann oder zeigen kann. Ich habe sowas nie mehr wieder gesehen. Ja, es ist ja auch schwierig, sowas über die Zeit zu bringen. Das kann man, sobald man das Kindern zum Spielen gibt oder so, kann das, kann was ausreißen oder so. Und das ist nämlich schon beachtlich, dass eigentlich diese Erhaltung sehr schön ist. Prima, sehr schön, dass wir mal sowas auch zeigen durften, auch diesen Illusionsmechanismen oder Illusionsmaschinen des 19. Jahrhunderts im Taschenformat nämlich. Das ist das Interessante. Vielen Dank fürs Zeigen, gut aufheben und nicht so oft hineinschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.